Hallo, heute spielen wir mal ein paar schlecht bewertete Roblox Games. Falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt wünsche ich euch wenig Spaß. Okay, hier kann man angeblich sein Wissen testen. Hallo, do you enjoy World Puzzles? Just play it. Was? I don't... Don't... Ach Gott, was schreibe ich da? Ich bin überall in der Erde. Ohne mich würdest du sterben. Was bin ich? Ich will darauf antworten. Achso, ähm... Ja, das ist, ähm... Luft? Ari? Ähm, nein, das ist R. Wieso ist das falsch? Ohne mich würdest du sterben. Das ist doch... In der Erde. Hä? Achso, nicht... Oxygen? Was ist das? Ah, der Boden wird gleich zu Lava. Rennt um euer Leben. Lode, bleibt doch nicht da unten stehen. Nein! Oh, sie sind tot. Ah, Hilfe. Lode, aus dem Weg. Ich will nur möglichst schnell hoch. Da ist eine Münze. Ich habe Tartos Handschuh? Nein, habe ich nicht. Oh, was für ein interessantes Spiel war das denn? Oh, jetzt spielen wir Minecraft. Haha. Was zur Hölle ist das denn? Hahaha. Es ist aber eine 1 zu 1 Minecraft Nachmache. Ach Gott, die Musik ist ja auch dabei. Jungs, ihr habt da doch gar keine Rechte dran. Und ich wahrscheinlich auch nicht. Wer macht sich denn die Mühe für sowas? Robux. Dann gönnt ihr mir einfach den Spitzhack. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ach, mit E. Okay, der Baum ist schon längst weg. Junge, das ist ja die Minecraft Beta hier. Hello. Ich tue dich. Sterb. Ach Gott, hört mal auf mit der Musik. Sterb endlich. Was ist das? Ja, ist tot. Was zum Geier? Was ist das? Was passiert hier? Hilfe. After buying a Game Pass? Was kann ich hier für Geld ausgeben? Kann ich da rein? Was zur Hölle? Minions. Was passiert hier? Hey, ist jetzt jemand neben mir? Ja. Hallo. What the heck? Ich will zurückfahren. Ja, fahr zurück. Sorry, Digga. Können ruhig weiter vorne fahren. Hey, ja. Ach du Scheiße, was ist das? Was für ein bescheuerter Schwachsinn. Nein, nicht langsamer werden. Wir müssen schnell sein. Wir sind ein Glast. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt? Ist das hier Feuer? Klicksam und das Swap Buddies? Was zur Hölle? Oh. Was zur... Ah, das ist eine Temple Run Nachmache. Was zum Geier. Wie schlecht ist das denn gemacht? Man kann nicht sterben. Ach Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Aber man läuft nicht automatisch. Was ist einfach... Woran liegt denn die Schwierigkeit? Jetzt laufe ich nicht mehr schnell. Feuer. Yay. Alle. Einfach mal gegen alle Hindernisse laufen. Oh nein. Was ist denn das? Oh nein. Hier ist jemand gestorben. Komm Leute. Wir stellen einen neuen Heizkopf auf. Zack, boom, bam. Zack, boom, bam. Er verschwendet denn seine Zeit, um Kopien von kostenlosen Mobile Games zu machen. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Doch, doch. Langsam wird es schwer hier. Ja, richtig schwer. Hier ist noch mehr Feuer. Wahrscheinlich, weil die Wirkung irgendwann nachlässt. Wohin soll ich gehen? Ich gehe da lang. Oh, schade. Ich kann nicht da lang. Kann ich die Münze überhaupt einsammeln? Ja, kann ich. Das ist einfach nur schlecht gemacht. Oder eine Verzögerung des Todes. Immerhin hat er hier die Level gebaut. Also ich meine, das macht schon Spaß hier, ne? Coming soon. Really? What the fuck? Okay, aus mit der Musik. La la la. Oh Gott. Wieder aus. Battle Pass. Tier 30 Future Bro. What the fuck? Was? Leute, man kann Geld für dieses Spiel ausgeben. Wie komme ich hier wieder raus? Ich komme hier nicht mehr raus. News. Oh Gott. Oh nein, Leute. Was zur Hölle? Oh nein. Pleasant Park. Sowas von runter, Alter. Wieso? Wieso? Wieso ist der Glidegeräck ausgefahren? Kann ich... Oh, yay. Wow, kein Falsch haben bekommen. Oh nein. Nein. Supply Drops are dropping. Go find them. Niemals. Ich kann die Spielsage nicht mehr benutzen. Kann ich das hier bauen? What the heck? Was passiert hier gerade? Yay, Fußball spielen. Oh, da ist eine Waffe. Oh? Wie kann... Wie droppen... Hier nehme ich denn das Ding auf? Hallo? Klick. Tap. Tap. Was ist Tap? Also Tap... B kenne ich, aber das funktioniert auch nicht. Was ist Tap? What the heck? Das war ein Rechtsklick. Okay, jetzt habe ich eine Waffe. Hat er eh eine Schuhe da hier? Wuhu! Oh, es gibt gar keine Musik mehr, Leute. Oh, was hieß das? Ich öffne ich das Ding. Ah! Amazel appeared. Deine Mutter hat alles aufgetaucht. Kann ich daran fahren? Ey, ich kann Auto fahren. Leute, ihr werdet sterben. Ich kann immer noch ballern. Wuhu! Ah! Hilfe! Oh, ich... Ich stehe wieder. Ich kann im Wasser fahren. Ich habe ein Boot. Was für eine Map ist das hier? Hier ist halb das die Depot in der Luft. Was zum Geier? Ist das der Roboter? Das ist die Season 9? Ich höre die ganze Zeit geballert, aber hier ist niemand. Kann ich da rein? Kann ich einen LKW fahren? Oh mein Gott. Oh Gott. Camping Code? Was ist das alles? Das sind alles Sachen, die es niemals in diesem Spiel gab. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich was aufhebe. Das weiß ich ja nicht mehr. Ah, da. Ach so, das Ding ist es. Haben wir auch einfach mal eiskalt die Texturen geklaut. Jungs, wo seid denn ihr alle? Da ist jemand! Absolutes Lieblingsspiel! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.